Obleute, Sprecher, das ist ja ein Steuerungsinstrument, um quasi im Parlament möglichst bei einem Thema wie dem einer Enquete-Kommission zum einvernehmlichen Ergebnis zu kommen. Was untersuchen wir, wie organisieren wir unsere Arbeit? Und da gab es natürlich viel Koordinierung innerhalb der CDU-CSU zu leisten. Die Mitglieder beider Enquete-Kommissionen der CDU-CSU, sowohl was Abgeordnete als auch Experten anbelangt, das waren ja eigenständige Persönlichkeiten. Und da konnten sie nicht so mit, in Anführungszeichen, das ist jetzt die Linie der Fraktion, sondern jeder hat seine eigene Biografie, seine eigene Vorstellung gehabt, entweder als Abgeordneter oder auch als Sachverständiger. Also wir haben da auch Persönlichkeiten gehabt aus der Wissenschaft, aus der Kirche, aus der Bürgerrechtsszene, die gesagt haben, es ist schön, dass die CDU-CSU mich hier benannt hat, aber ich habe schon meinen eigenen Kopf. Und irgendwo bin ich nicht der Vollstrecker irgendeiner Parteilinie von CDU-CSU, sondern ich arbeite hier als Experte mit, auch wenn die CDU-CSU mich benannt hat. Und für mich war natürlich als Sprecher und Obmann immer wichtig, auch den Gesprächsfaden zur Gesamtfraktion zu erhalten, denn es hat ja Themen gegeben, die wir behandelt haben, die mussten schnell in die Gesetzesarbeit einfließen. Am Anfang, glaube ich, war schon auch ein Misstrauen da, jeder sucht jetzt nur nach seinem, in Anführungszeichen, politischen Vorteil. Ja, also die Union möchte gerne ihre Deutungshoheit dieses Prozesses für sich in Anspruch nehmen, aber wir sind dann sehr schnell, ist uns deutlich geworden. Also hier müssen wir wirklich alle über unseren Schatten springen und müssen wirklich versuchen, dieses epochale Ereignis des Zusammenbruchs der Diktaturen in Deutschland und in Mittelosteuropa, 89, 90, den Weg dahin, die Wirkungsgeschichte der nationalsozialistischen Diktatur, auch die Frage, wo ist aus ehemaligem Dissens Konsens geworden. Wir mussten natürlich auch immer, also ich sag's jetzt mal so, wir mussten natürlich auch immer in unseren eigenen Fraktionen dafür werben und mussten sagen, also Leute, das ist jetzt nicht irgendwo, also das Thema ist zu groß, als dass wir uns jetzt zu stark ins parteipolitische Klein-Klein verlieren. Da musste man auch Überzeugungsarbeit leisten, in die eigene Fraktion hinein. Das war teilweise sehr kompliziert, weil, ich sag jetzt mal, wenn wir dann irgendetwas formuliert haben, was wirklich zu einem bedeutenden Abschnitt der innerdeutschen Beziehungen war, dann war's natürlich schon klar. Also ich sag's jetzt mal für mich, dass ich mal gesagt hab, also das sollte vielleicht mal der Fraktionsvorsitzende sehen, bevor wir dem zustimmen. Und Schäubli, muss ich sagen, hat uns sehr viel freie Hand gelassen. Aber das Kanzleramt war schon immer sehr interessiert daran zu erfahren und da musste man manchmal dann auch zwischen Fraktion und Kanzleramt vermitteln und ringen.